So, willkommen zurück. Das war bloß ein relativ kurzer Cut. Wir konnten gleich danach wieder auf den Server drauf. Naja. Wer weiß, was das gerade war? Du weißt es. Das ist dein Server. Das weiß ich nicht. Ich brauche jetzt eine Schaufel, mir reicht es langsam. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Geh weg, Kuh! Geh weg! Hau ab! Jetzt haben wir zwei Thronen. Tom, guck dir an, wo die sich versammeln und die ganze Zeit runterfallen. Runterfallen? Die planen etwas. Ja doch, das Haus sieht gar nicht so schlecht aus. Rico, komm mal runter zu meinem Ofen. Und guck mal über die Höhle. Ja und? Guck dir die Kühe an. Warum haben wir denn auf einmal so viele Kühe? Tom ist schuld. Das ist ja ekelhaft. Inzest, Tom. Lass die. Lass die am Leben, Rico. Ich hab die nicht getötet. Hä? Ich mach doch gar nichts. Die töten sich wahrscheinlich gleich selber durch Fallschaden. Die springen die ganze Zeit von dieser Höhle runter. Na und? Das ist doch nicht mein Problem. Ja und ich mein's. Du willst die Kühe haben, Tom. Ja. Mir ist bloß wichtig, dass ihr am Leben lasst. Wenn die sich durch natürliche Selektion selber ausscheiden, kann ich nix dafür. Ich lass die doch am... Was? Ich hab nichts zu machen. Ich wollt's bloß sagen, Rico. Ja, ja. Immer auf mich schieben. Ja, wer hat die ganzen... Als ob ich schon jemals in Minecraft Kühe getötet hab. Guck dir dein Skin an. Guck die Lederrüstung in meiner Truhe an. Die Lederrüstung, die ist einfach so da gewesen. Ich bin auch gleich da. Mit dem Eisenschwert. Oh nein. So. Bup, 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 bup. Also. Ich muss aber für die Zuschauer uns erklären, was ich hier gerade gemacht hab. Hier werden Minenlochen rauf und runter führen. Und hier beginnen die Minen in zwei Richtungen. Hier in eine Richtung. Zack, da wird noch in die Richtung dann gestript mein. 3x3. Und hier auf der anderen Seite genauso. Und hier in der Richtung werde ich jetzt ein riesiges Lagersystem bauen. Kennst du ja noch, Rico, oder? Nee. Doch. Ich weiß noch irgendwas. Ich weiß gar nichts. Du bist nicht John Schnee. So redet John Schnee auch nicht. Glaube ich. Glaube ich. Bin ja gerade relativ unsicher. Wusstest du, dass der deutsche Synchronsprecher Westernsänger ist? Westernsänger? Westernsänger. Westernsänger wäre jetzt so ganz schön. Aber wir schweifen vom Thema ab. Welches Thema? Stimmt eigentlich. So, wenn ich mir gleich einen Abschnitt gebaut habe, kann ich euch zeigen, wie das Lagersystem funktioniert. So, noch ein bisschen hier in die Richtung graben. Das ist so etwas, was ich fast bei je... Dears! Stimmt wieder nur einer? Nee, zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja, 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 ja. Also jetzt übertreib. Nö, ich hab fünf Dears gefunden. Hacker. Ich geh mein Haus bauen. Mach das. Wie Spatz. Ich baue eins in der Wüste. Direkt mit dem anderen. Ja, dann darfst du dich aber nicht wundern, wenn ich vorbeikomme und Sand abbaue. Ich töte dich, wenn du das an meinem Haus machst. Ja, dann nicht an deinem Haus. Ich werde aber auf jeden Fall irgendwo Sand abbauen. Als ob ich dann direkt zu deinem Haus komme, um Sand abzubauen. In der Wüste, die eigentlich nur aus Sand besteht. Und Stein. Da ist halt eine ganze Wüste. Warum musst du ungerechnet... Oh, das ist eine Höhle. Warum musst du ungerechnet Sand bei mir ab... Oh, da ist ein Skelett. Okay. Ungerechnet? Naja, ich bin gerade verwirrt, weil das sind Monstren. Ja, 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 ja. Ich muss jetzt mal Sachen und Inventar ablagern. Oh Gott. Du hast einfach keine Ahnung mehr, wie man irgendwelche Wörter ausspricht, weil... Da hasst du dich selber. So, ich muss jetzt einfach die Höhlen-Playlist anmachen. Jetzt würde ich mich verhassbillen. Jetzt gibt's wieder Action. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Du bist ohne Krebs. Ach, alles Spaß. Aua! Die Musik passt gerade schön. Mach doch nicht die Stimmung kaputt, ihr Schweine. Herr Wunderstuhl. Na? Aua! Wo ist das Skelett hin? Das packt's! Im Felsen! Der Sack. Das ist ein Hacker. Das ist ein Hacker-Skelett. Ich hoffe, es wird nicht sofort wieder nach. Pssst! Ich muss doch einfach... Verziehe dich, Kuh! Ich versuche hier eine Kiste abzubauen. Oh, gerade eben kurzzeitig eine schöne Atmosphäre aufgebaut und dann schreit Fabian wieder rum. Hehehe. Weit auf. Uuuuuh! Schon wieder Kau-Tipper? Nein, ich habe keine Kuh getötet. Ja, 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 ja. Ich habe nur das Leder aus meiner Kiste wieder aufgesammelt. Hast du's fallen gelassen? Ich hatte noch Leder in meiner Kiste und ich habe meine Kiste abgebaut. Ah, okay. Das glaube ich nicht. Warum ist das hier so eine große Höhle? Warum haben wir so viele Höhlen hier auf dem Server? Pff, die Höhlen nicht mehr. Wo ist die denn heute ausgesucht? Das muss man auch einfach ändern können. Er hat sich den Ort übrigens nicht ausgesucht. Der ist hier gespawnt. Tom! Ja? Hier hat eine Kuh Suizid begangen! Kann ich doch nicht. Ich meine, damit er hätte sich den Spawnpunkt auch wieder umändern lassen. Hätte ich, aber warum hätte ich das tun sollen? Weil der Spot scheiße ist. Das will ich jetzt mal überhört haben. Der Spot ist mega geil. Nein. Ja, du bist weggegangen in die Wüste. Kann man eigentlich auch Marbelstufen machen? Nee, ne? Ja, die Wüste ist ja auch besser als dein Drecksscheißer, der überhaupt nicht laut ist. Marbelstufen nicht richtig, oder? Doch. Ich bin andere, meine Wüsten sind scheiße. Ja, es gibt Marbelstufen. Okay, dann werde ich da nochmal... Und sonst baust du die Carpenters Treppen und machst da Marbel rein. Oh, da muss ich auch noch Carpentern. Ich hab' Ahnung, wie das funktioniert. Ich muss mal andere Leute machen lassen. Just Google it! Just use too many items. Ich so, dass ich mein Leben lang... Dass ich jetzt nicht mein Leben lang mit Minecraft verbringen möchte. Niemand möchte das. So wie ihr. Ihr sucht dies. Aber manchmal muss man das, Rico. Nein. Ich kann auch ganz gut ohne Minecraft leben. Ich hab' den da kaum sogar geschenkt. Kriegt, also ich müsste den nicht mal kaufen. Ich bin dann halt weg. Und solange es kein Booster in Minecraft gibt, muss ich nicht jeden Tag spielen. So eine Ressourcen mal zwei Booster. Braust Cobblestone ab. Bitte. Bei dir ist das ganz hilfreich. Oh Gott, ich balle jetzt wieder ne Spitzhacke weg. Ich höre dich Skelett, brauchst du dich gar nicht verstecken. Nein, ich hab' keinen Platz mehr. Äh, scheiß auf fünf Redstone. So, die Frage ist, wo war ich jetzt? Wo war ich noch nicht? Da war ich noch nicht. Ha. Es wird Nacht. Ach, ich hab' keinen Platz für Lapslar zugegeben. Warum baue ich das ab? Ich schaue jetzt auch das Feuerzeug. Jetzt kann ich das Feuerzeug mitnehmen. Rico, notfalls kannst du Sand auch bei mir holen. Ich werd' jetzt ganz viel farmen. Ich denke, ich darf nicht. Ich muss hier grad nen Berg abtragen. Und wenn meine ich aus der oberen Kiste nehmen, wo ich den Sand gleich reintun werde. So. Wie mach' ich denn jetzt jetzt noch? Wo ist denn? Ich hab' keine Frage. Hier hast du wieder ein bisschen Platz geschaffen im Winter. Mit Tinkas Construct wär' das alles viel einfacher. Hol'n hier rum. Es gibt noch Leute, die spielen nur Vanilla-Minecraft. Ja, eben. So wie ich. Marvel ist aber nicht Vanilla-Rico. Ja, aber ich baue alles von Hand und so was halt, weißt du. Ich würd' auch alles von Hand bauen. Zwei Natur ist gleich. Ich würd' wahrscheinlich noch mehr Marvel farmen müssen. Die Pastexte, die ich habe, werden für mein Haus nicht reichen. Ich glaub' mein Nachbar ist mal umgefallen. Oder mein Mittenhunde. Einfach mal umgefallen. Einfach mal umgefallen. Ist der so fett? Nein, eben nicht, aber... Das ist mal ein halbes Ende eben. Rico ist fies zu seinen Nachbarn. Beleidigt den immer. Was denn nun, ist das ein Mitbrunner oder ein Nachbar? Ich weiß es halt nicht. Irgendwas hat hier gerade gekrummst. Oh Gott, Tommy. Was das war? Das erfahren sie in der nächsten Folge. Und bei Rico zu Hause fällt etwas um. So. Nein, Skelett aus. Dann wären wir damit fertig. Fertig, Fertig. Jetzt bräuchte ich... Ja, was brauch ich denn jetzt? Ich brauch' jetzt Glas. Glas, Glas, Glas. Oh, Slimerei. Bei mir sind 3,6 Sand in der Kiste. Rico kannst du gerne nehmen. Juma, hast du mich gerade erschriegt. Entschuldigung. RIPA, IVEG! Ihr Wackel. Oh, da ist gerade Slime durch Fallschaden gestorben. Der Loop. Ein Sniper. Ein Slime. Seit wann können Slimes durch Fallschaden sterben? Weiß ich nicht, aber das hast du vor meiner Nase gemacht. Alter. Müll für dewelle Kriegler. Tom, du brauchst dringend ein Kugelhege. Na. Alle Wege führen zu dieser Schlucht. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Alle Wege führen nach Schlucht. Egal in welcher Höhe. In welcher Höhe. Egal wie weit entfernt ich mich reinbaue. Ich komme immer an diese Schlucht. What the fuck? Wo kam der her? Darf ich mir die 54 Sand aus dem Analyzer nehmen? Ja. Du darfst ja auch gerne 4 Stacks Sand bei mir holen. Scheiße, den muss ich jetzt brennen, ne? Für Glas. Ja. Ist gut, dass ich oben Kohle habe und... Kohle muss ich noch veroffen. In den Opfen. Wieso ist mein Inventar schon wieder voll? Wie geht das? So, da war ich. Ja, weil du hängst. Ne, hier war Sackgasse. So, zack. So, noch mehr Deinemite. Hm. Wo hast denn du TNT? Naja, ich meine das Pulver für das D&D. Das darfst du mir gerne bringen. Im Austausch gegen 5 Stacks Sand. Naja, so viel brauche ich nun auch wieder nicht. Bald 6 Stacks. Ich habe 5 Sprengschwarzpulver. Ja, das reicht für ein TNT. Was will der mit dem TNT machen? Zombies verteidigen. Ich werde eine Nuklearwaffe. Macht. Ne, das geht zum Glück nicht. Wenn ich genug TNT habe, kann ich trotzdem die ganzen Werkarbeit hier wegfetzen. Warum? Keine Ahnung. Wie baut man nochmal Glasscheiben? Zwei Dreier rein, ne? Ach, rechts. Ja, 6 Sand einfach. 6 Sand? Ja, unterste Reihe voll, mittlere Reihe voll zum Beispiel. Mit Sand oder wat? Ja. Nein, mit Glas. Ja, weil Fabian meine gerade Sand. Verwär mich nicht. Ah, Triggered. Wie viel Kohle habe ich denn noch? 3 ist nicht genug, ich gehe Kohlefarm. Okay, Lava. I weg. Mein Haus wird auch relativ viel Eisen kosten, auch wenn ich keine Eisenblöcke benutzen werde. Nochmal Lava, I weg. So, wo kam ich denn raus? War das hier? War das hier? Viele Wege führen nach draußen. Das war hier. Irgendwo. Nein, hier. Ne, das Eisen. Ah, ich nehme mich mit. Habe ich auch noch genug Platz? Ja. Zack, zack, zack. So, die Frage ist immer noch, wie kam ich hier raus? 4 war das genau. Schwupp. Kaboom, oh man. Redstone. Das, 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 das und das. So. Ich habe gerade ein Zombie die Schlupf runtergeschubst und der ist gestorben. Der arme Zombie. So, erstmal gesaved. Ich habe leider kein Eimer dabei. Das heißt, ich muss mich da drum rumkrabeln. Habe ich noch, habe ich. Please do not attack me, Zombie. Ich habe ein halbes Herz gerade. Wie ist das schon wieder eingestellt? Ich, Profi, bin, ich wollte die Schlucht runterspringen, was auch vorher immer geklappt hat. Nur dieses Mal bin ich nicht gesprungen und bin ein Pixel zu weit, zu kurz geflogen. Aber ich habe es überlebt. Bitte, was war das? So. Stimmt, ich wollte Kohle und kein Eisenfarm. Quittert's draußen? Also nicht Real Life, sondern hier. Scheint so. Einkünft. Keine Ahnung, ich habe die Wettersounds alle aus. Man hört die Donnerschläge bis hier runter. Was, du hast die Wettersounds aus? Die Wettersounds auch aus. Warum das denn? Weil der Regen ist nervig. Und, aber es bringt Atmosphäre. Äh, Atmosphäre. Dafür habe ich Sabaton. Iiii, was ist das? Zack. Ich werde nie wieder für irgendwas Steinspitzhacken benutzen. Nein. Dafür habe ich auch schon aufgegriffen. Dafür habe ich zu viel Eisen. Ja. Und die Dier-Picke dabei. Notfalls. Deswegen muss ich... Ich wollte sie doch unten in der Truhe legen. Für uns. Ich bin zu arm. Das werde ich nachher tun. Die würde ich aber... Wahrscheinlich nur frei geben fürs Obsidian-Farm. Für das andere ist sie gerade nichts wert, so. Dafür haben wir noch gewinnig... Du meinst, für was anderes ist sie zu schade? Ja. Ist auch nichts wert. Siehst du, Spitzhacketier. Spitzhacketier, du bist nichts wert. Das hat jetzt Rico gesagt. Du hast sie doch gerade beleidigt. Ja. Nein, ich habe sie nicht beleidigt. Denkst du, ich höre dich mit Skelett? Ich habe nur das verdäumt, was du gesagt hast. Es gibt schon wieder Beef hier. Hm, Beef. Jetzt habe ich... Aber ich bin doch Vegetarier! Oh Gott. Haus. Kies. Kein Platz für Vegetarier. Kein Herz für Vegetarier, Schlacht-Sziale. Ja. Habt ein Herz für Fleisch, Leute. Ja, eigentlich, weil wenn man beim Flugzeug abstürzt auf irgend so einem einsamen Berg, da soll man die Vegetarier zuerst fressen. Weil die am gesündesten leben. Das stimmt. Vor allem... Irgendwann stellen sie mal in der Zeitung, dass so ein... Oder in dem Sinne, keine Ahnung. Das ist so ein alter Typ. So ein Rentner. Der war Vegetarier. Und der hat gesagt, es hat sich nichts gelohnt. Das hätte er... Muss er nicht unbedingt sagen. Das weiß ich auch so. Das ist aber ultra witzig.